ok warum bin ich hier so ist alles in ordnung ich glaube schon weißt du wo ich bin mit ihm und was mit mir passiert du bist irgendwo in fort irgendwo hin fortgerissen worden wie sieht deine umgebung aus scheint eine stadt zu sein hey warte die insel habe ich sie repariert ja die blöcke sind verschwunden das war gute arbeit so war wenigstens das hat geklappt warum bin ich jetzt hier ich kann mich an diesen ort nicht erinnern gibt es hier auch anomalien ist gut möglich könntest du dich etwas umsehen klar werden die wird die lage gleich mal auskundschaften mal sehen ob der typ da was weiß hallo hallo auch bist du neuen treu ist ja ich heiße übrigens so war und ich ist und ich sind betreibe in einen laden hier sag mal so war du hast nicht zufällig diese das trio in ferner in fanale was in fanale gesehen trio in fanale richtig die drillinge die wollten überprüfen was mit der stadt los ist seitdem hat sie keiner mehr gesehen stimmt denn irgendwas nicht das will ich das will ich meinen hier sind seltsame blöcke aufgetaucht viel zu viele um sie alle wegzuräumen seltsame blöcke sagst du wie auf der hinsen und wo finde ich die ach überall brauchst gar nicht weit zu laufen hey wenn du dich sowieso um siehst sucht die drillinge doch gleich mit klar kein problem wie heißen die dann der rote trick der blaue trick tick trick oder grüne truck tick trick und track ok ist gebockt danke wenn du dich wenn du nicht weiter weiß heute einfach die leute in der stadt werde ich man sieht sich zit ich bin im dritten part und ich bin schon viel weiter als ich beim ersten mal als ich übersetzt habe bekommen denn auch die stadt top ist und ich werde auch mehr von der geschichte jetzt verstehen würde ich mal denken so wie die drillinge tröber sturm ja ich hasse jetzt weiß ich auch wieder warum ich ok erstmal ist das stören dass mich irgendwie hat es mich richtig aufregt auch bei dem und wie kann man was kaufen das mache ich gleich gibt uns gleich was blöcken fragst du bis mittel gibt es denn davon noch nicht so viele die drillinge meinten aber sie wollten die sache untersuchen ich glaube ja sie haben gesagt dass sie nach 12 ist noch wollen damit wir jetzt doch nur so von herzlosen ich stehe sie suchen wirklich danke vielleicht kannst du das hier gebrochen heiltrank oder portion nutzer heilträger wenn du dann eher auch wirklich ich werde jetzt echt nicht drauf sein ich werde echt nicht selbst drauf bekommen frau so okay unser typ hier zu sagen die tür nach tröbes los aus lässt sich nicht öffnen ich werde mir die sache ja gerne genauer ansehen aber wegen der herzen komme ich leider nicht hin überlasst das mir wer geht das ist nicht sehr nett von dir tröbes los was die jahre hat die tür doch sind wir sind hinterher zu sagen auch wirklich in letzter zeit sind ganz viele blöcke in der stadt aufgetaucht ich glaube ich habe sie mal etwas genauer gesehen es gibt anscheinend viele effektionen warten ob wieder irgendwo neue blöcke entschieden sind wer weiß wer weiß aber wie komme ich doch hoch das will ich eher wissen ob es nicht irgendwie ein weg oder so nach die leiter hier ich wusste ich doch ist klar dass ich nicht beim ersten versuch das treffe geht doch das war knapp blitze halten einstellen das weiß ich gar nicht was mache ich da das in commandomatrix ja der sei ja 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 okay besiegt die gegner bringen die kommande punkte ein denn die rechts in den kommande ja okay okay will ich den plan man rutsche die weit entfernte gegner okay was kriegt für blitz blitzklinge lade der schüssel elektrisch auch verstört sich entspricht auf den gegner speicher bedarf 13 prozent okay schloss matrix hat ihn ist erweitert worden ob damals eben hat ihn werden neue bereiche wenn du deine weltabsteht so kommen ständige prozessionen zu auch wirklich selbst können auch über kabel mit energie von einem prozesse versorgt werden einige bonus booster mit zwei kabel mit energie mit zwei prozent mit schluss verbindet erhalten die schütze zwischen ihnen zweifel zweifache energie überdoppeln ihre wirkung das lohnt sich mit einem besonders setzen sie daher weise blitzklinge hat mich und jetzt die luft okay so ich hätte ich vergrücke so war wenn du jetzt nicht aufgekommen wärst verdammt knapp 0 schicks und rein kein intro dazu dass ich jetzt in twervers nord bin oder wie die speicher jetzt eigentlich mal die samuris kaufen die geld habe ich dann ok habe ich schon geduld und genügend und wir haben heute alle gehen ja ok klingt verlockend nein nicht sturmlauf schwert fall ist besser ich habe vergessen mit dem movie zu reden kommando matrix das bringt mir diese kacke ich glaube ich gehe mal kurz zum okri wer sagte mir was neues dass ich irgendwie sachen kaufen kann oder so oder ich habe dieses gespräch komplett äh 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 ausgelassen weil ich gerade die mit den anderen mochi geredet habe herzlich willkommen kupo schau rein wenn du mal wieder zufällig in der nähe bist kupo ok ja nichts besonderes was ich gleich hier auch speichern was rubbelose zu halten im titel bildschirm langs über was war was haben wir wenn ich dachte ich nicht mit rubbeln hallo ok ok und rein mit uns ich weiß wo die an ich weiß wo alle sind zürich habe ich das spiel durchgezockt sonst hätte ich hier probleme aber alles zu finden ja und das hat kein 100 prozent worden waren weil am ende gibt es noch spezielle ist sondern die man machen kann aber dafür muss man so oben der wird sein das glaubt ihr nicht und man braucht auch dafür sehr 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 viel geduld und die habe ich nicht der erste ist hier da seht ihr ihn aha hilfe gar nicht gut ich muss ihm helfen ach komm was wollt ihr jetzt alle hier so schnell geht das bei mir alles in ordnung sag mal bist du vielleicht trick äh tick ja genau meine brüder und ich wollten rausfinden woher diese blöcke kommt und wo sind die anderen beiden wir haben uns aus den augen verloren sie wollten die hintergasse überprüfen alles klar dann werde ich mal nachsehen ich bringe dich hin oh ach der r2 von mir bei mario so das goombas hier sind es die autowappen jetzt habe ich gelernt anzuisieren das ist doch ein bisschen langsam ja nur bisschen das ist nicht so schlimm ja das hängt immer von den vielen gegnern ab ja ich glaube nicht recht gut hier gibt es hier ein nest von denen ach ja gute kleider also tick tick und track sind suche ich warte du baust ja das ist für dich das ist das das habe ich unterwegs gefunden ziemlich gut was schenkst dir ja danke auch bilder mir im bild unter jubeln also gut auf zum untergasse nicht so freilich so war nicht so freilich wo ich weiß gar nicht ob ich level dafür bekomme wenn ich das jetzt mache das habe ich jetzt nur gemacht für den chip die meisten vergessen immer diesen chip weil man denkt ach wie kommt man jetzt hin ich weiß aber ich weiß es ja ich weiß es ja die hintergasse ist eigentlich da hinten habe ich ich weiß leute aber eh ich mache das jetzt nur wegen dem keine ahnung warum ich das jetzt mache ok da kann ich noch nicht juhu ok ok ich werde irgendwie nicht schwindelig naja er ist hoher er kann das dicker ich weiß wo die hintergasse ist das muss ich mir nicht zeigen zur gasse geht es wohl nicht dort ach ich glaube das ist echt dafür gemacht für die leute die noch nicht in dem hartz 1 gezockt haben oder so wenn ich schon irgendwie zeigen oh da ist die hintergasse da muss man hin ok es ist 8 uhr gerade also 8 uhr abends um 9 kommt alex dann nehmen wir profisoleten und die verlorene zukunft zu ende auf und dann beginnt ähm profisoleten 1 nochmal mit mir und alex und muss dazu vielleicht danach kommen 2 wieder nochmal mit besserer qualität und dann ist das alles gut dann bin ich zufrieden mit mein letztes bisher aber nur kurz würde ich auch gerne nochmal machen aber die ganze mir dafür nein nein äh klangl ich hab's nicht gedrückt aber naja vielleicht einer der drillinge aber die ganze mir dafür nein nicht schon wieder alles wenn ich einer mir geld anbieten würde dann würde ich das machen aber nicht nein nicht nochmal die ganze kacke nochmal wie viel ich dafür investieren musste viel zeit und da ist eine leiter der blau ist eben oder oben man sieht ja hier bin ich ja ich weiß ich werde erstmal die ganzen anderen tonen da holen hallo ist der werf kommt gleich eine ganze roten eine ganze armee von denen jetzt wieder jetzt wird es wieder langsamer geben ich habe gesagt eine ganze armee von ihnen fast da die stadt des matrix habe ich ja nichts bekommen aber kommande oder feuer wirken habe ich das nicht gott nein das habe ich noch nicht kann ich machen sie springt 6 darunter wenn man hier probleme hat mit der kamera dann hat man echt die arschkarte zügig spiele ich echt mit controller das geht so gut für den 0 chips ich habe ich bin hier drüben acht wirklich ob ich dich nicht sehen würde ansprechen ja danke ich hatte die hoffnung fast aufgegeben keine ursache ähm blaue kleidung trick nehme ich an geht's dir gut ja danke mir ist nichts passiert hier nimmt das als dank viel deine hilfe blitze halten als wir die blöcke untersuchten haben habe ich außerdem es ist weg das ist weg mein fundstück ist von mir wohl die tür ist not gut gefallen ich muss es sofort suchen gehen er hat auf mich jetzt auf einmal kannst du runterkommen oder was hier lang schnell komm folgen wir mal die kleinen spaß man solltetner wird angegriffen fehlanzeige dabei war ich mir sicher ist es ihnen verloren zu haben sollst du hier nicht alleine rumlaufen das ist viel zu gefährlich ach quatsch hier passiert schon nichts was herzlose bringe ich in sicherheit wenn die nicht lernen wollen dann müssen wir es auf der harte weise lernen was willst du eigentlich ich hatte auch so sehr ihr wisst es recht ja 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 jetzt möchte ich mich jetzt auch scheiße jetzt erinnere ich mich wieder an etwas anderes was in diesem spiel noch kommen wird du solltest besser auf mich hören aber ich wollte mich doch nur bei dir bedanken trick du musst sofort zurück zu schützen zu haben aber der gegenstand nachher findet ihn noch niemand anderes die gibt es nämlich auch was also gut ich bin gleich wieder da warte hier aber bei gefahren läufst du weg klar warte lässt mir jetzt einfach das stehen ähm anomalie findet ihr hintert hier aber was dann ist sie im nächsten part